Dem Zirkus Capovaci, eine Berliner Institution, wenn man so möchte. Auf jeden Fall. Aus der Dienicke, wo ich herkomme, da gibt es auch schon seit Jahren einen Zirkus, wo immer viele Jugendliche in Zirkusakrobatik ausgebildet werden. Man kann dort Höhenrad fahren, man kann dort auf dem Seil tanzen. Und heute sind sie eben auch dabei und werden gleich performen hier. Ich bin gespannt, was sie für uns vorbereitet haben. Hoffentlich. Ich sehe noch keine Clowns. Viele Menschen haben ja immer Angst vor Clowns. Wahrscheinlich haben sie deswegen die Clowns heute weggelassen. Es scheint loszugehen. Oh, ein Pirat mit Papageien. Der hat auch schon Party gemacht, der Papageien. Also, die ein Kampagasta, die zu Ende des Kampagos. Das ist es warm. Das ist es die Kampagasta. Wie ist sie? Ich sehe, wir schauen. Ich sehe, dass wir das kampagame. Ich sehe, wir sehen uns im Kampag. Auch im Kampag sind wir uns im Kampag. Vielen Dank. Applaus Die Kabo-Wazi-Karawane hat uns eine Performance über Grenzen gebracht.